Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Rust. So, ja wie versprochen gibt es heute die Variablen und Variablen sind in Rust ziemlich cool. Man muss einfach nur schreiben let und dann sucht man sich einen Namen für seine Variable aus, zum Beispiel x gleich 5. Ja und dann kann man sich wieder aussuchen, Semikolon oder auch nicht. Und was das macht ist folgendes, wir haben jetzt hier ein x zur Verfügung, das wir später benutzen können. Eigentlich haben wir das schon gemacht, indem wir hier Antwort definiert hatten oder auch Lead und die hier dann verwendet haben. Im Prinzip haben wir alles schon gemacht. Das Ding ist, was wir jetzt machen können, wir können ein paar Zeilen oben drüber, dieses let x gleich 5 uns hinschreiben und dann können wir darauf später wieder zurückgreifen. Was echt ziemlich cool ist und ja jetzt machen wir das einfach mal so und schauen was dabei passiert. Das heißt, wir gehen hier auf Rebuild Solution und dann drücke ich STRG F5, damit wir auch am Ende was sehen können. Und dann steht diese 5 da und diese 5, die haben wir nicht in der Zeile definiert, sondern wir haben sie hier oben definiert. Ziemlich geil und ja, braucht man auch wirklich häufig, logischerweise, es sind ja Variablen. Und ja, wie gesagt, Variablen braucht man einfach ständig, es geht eigentlich gar nichts ohne. Und wie ihr hier vielleicht schon seht, ihr müsst nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Zahl oder sowas, was ihr bei vielen anderen Programmiersprachen wirklich braucht. Ihr müsst nicht sagen, es ist eine Zahl und ich möchte, dass diese Zahl gleich 5 ist, sondern es ist einfach halt eine Variable und der Typ wird automatisch rausgesucht. Und ja, Rust hat da ein ziemlich cooles Programm hinten dran. Wer so ein bisschen in die Richtung möchte, kann sich mal meine Videos zum Lambda-Kalkül angucken. Die gehen so ganz grob in die Richtung, aber wirklich nicht komplett. Wer jetzt aber den Typ sich lieber selbst aussuchen möchte, der kann hier den Typ auch noch freiwillig angeben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unten, hier oben besser gesagt, das x noch nicht zuweise und dann später sagen möchte, okay, x ist 5, dann kann es ja sein, dass Rust sagt, du, ich bin mir da nicht so sicher, was willst du denn jetzt für einen Typ haben. Aber selbst hier funktioniert es, also wenn wir sagen, okay, ich definiere mir meine Variable hier oben, ich nenne die Variable x mit let x und sage dann später, okay, ich weise dieser Variable den Wert 5 zu, dann kann ich das trotzdem noch machen, wie wir hier gerade gesehen haben, es hat funktioniert. Und wenn ich es ausführe, funktioniert es genauso. Das heißt, hier sage ich, wie die Variable heißt und hier bekommt sie ihren Wert. Wenn ich jetzt aber sagen möchte, ich weiß schon vorher, was jetzt diese Variable für einen Typ hat, also, dass es eine ganze Zahl ist zum Beispiel. Wenn ich eine ganze Zahl haben möchte, dann mache ich hier einfach einen Doppelpunkt hinten dran und dann suche ich mir hier den Typ aus, zum Beispiel i32. Und i32 bedeutet, ich habe ein Integer mit 32 Bit. Das muss euch jetzt nichts sagen für die Leute, die keine Ahnung schon mal was gemacht haben, die wissen, was das genau bedeutet. Aber es ist im Prinzip eine Ganzzahl, die uns 2 hoch 32 verschiedene Zahlen zur Verfügung stellt. Diese Zahlen können allerdings positiv und negativ sein. Und wenn ihr wirklich nur positive Zahlen wollt, dann könnt ihr hier zum Beispiel ein U reinmachen. Aber wie gesagt, Rust macht das eigentlich alles für euch. Das heißt, ihr braucht da nicht irgendwie was machen, so speziell, sondern ihr könnt es einfach so sagen. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein String haben wollt, also eine Zeichenkette, dann gebt ihr hier einfach zwei Anführungsstriche ein und schreibt dann hier rein, ich bin ein String. So, und schon ist alles fertig. Ihr könnt hier ausführen und das Ganze laufen lassen. Und wir sehen da, es ist eine wunderbare Zeichenkette ausgegeben worden. Funktioniert alles super. Und zwar bis zu der Stelle, wenn wir jetzt hier x verändern wollen, zum Beispiel wollen wir sagen, x gleich oder auch nicht. Und was ich jetzt mache, das ist ein Problem. Oh, ups, ja okay, hier habe ich das Semikolon vergessen. Das habe ich nicht gemeint. Aber was wir hier tun, ist folgendes. Reassignment of immutable variable x. Das bedeutet, wir dürfen x keinen neuen Wert zuweisen, weil es eine Konstante ist und Konstanten können sich nicht ändern. Das heißt, eigentlich habe ich euch gerade nicht Variablen gezeigt, sondern Konstanten. Das ist natürlich doof. Man möchte ja, dass man sein x vielleicht auch mal wieder verändern kann, zum Beispiel durch irgendwelche Benutzereingaben oder sowas und nicht nur einmal zuweisen kann. Und was wir dann machen müssen, ist folgendes. Um diesen Error loszuwerden, müssen wir hier sagen, okay, x kann sich verändern. Das ist wirklich dazu gedacht, sich verändern zu können. Macht es auch wirklich nur, wenn ihr es braucht. Also letmut x schreibt man dann. Also einfach ein let, dann ein Leerzeichen und dann mut, was so viel bedeutet wie mutable. Das heißt, ich darf es verändern. Und dann x ist der Name von der Variablen hier. Ja, und wenn ich jetzt das Ganze nochmal neu bilde, dann funktioniert es wieder. Und ich kann es auch wieder ausführen. Und was wir sehen, ist folgendes. Ich habe hier dieses, also am Anfang stand, ich bin ein String da und dann habe ich dieses, ich bin ein String ersetzt, also wirklich das andere komplett gelöscht. Und dann habe ich dieses, ich bin ein String ersetzt durch oder auch nicht. Und dieses oder auch nicht wurde dann ausgegeben und der Rest ist einfach verschwunden. Ja, also so ersetze ich Variablen und funktioniert übrigens mit Zahlen genau gleich. Und jetzt zeige ich euch noch, was passiert, wenn ich eine Zahl durch eine Zeichenkette ersetze. Dann passiert nämlich das hier. Dann haben wir ein Mismatched Type, weil hier oben haben wir eine Zahl und aus dieser Zahl wollen wir jetzt plötzlich eine Zeichenkette machen, was was völlig anderes ist. Das hier sind viele verschiedene Buchstaben, das hat nicht mal dieselbe Anzahl an Speicher, die es braucht. Das heißt, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die dagegen sprechen. Also merkt euch einfach, wenn ihr eine Ganzzahl habt, dann könnt ihr keinen String draus machen. Versucht einfach da konsistent zu bleiben, also nennt das ganze Ding vielleicht auch einfach Zahl. Und dann sehen wir hier direkt, oh, Zahl kann ich vielleicht nicht umwandeln in irgendwas, was eine Zeichenkette ist. Ja, und das erklärt logischerweise auch schon direkt den Fehler. Warum Rust das Ganze so rum macht, dass man tatsächlich auch Mut hinschreiben muss, ist übrigens eigentlich ziemlich interessant. Und zwar wieder mal Sicherheit. Rust möchte absolut nie abstürzen. Und wenn ihr mal aus Versehen vergesst, Mut hinzuschreiben, ist das absolut kein Problem. Der Compiler sagt euch direkt beim Kompilieren, okay, hey, du kannst das nicht verändern, weil du darfst halt nicht. Wohingegen, wenn es jetzt andersrum wäre und wir dürften per Default, also standardmäßig, unsere Variablen ändern und ihr wollt es aber einmal nicht und habt vergessen hinzuschreiben, dass ihr es nicht wollt und verändert das Ganze dann mal, oh, dann passiert was Übles. Also so rum ist es einfach sicherer. Vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr Aufwand, aber ja, Sicherheit geht vor bei den meisten. Deswegen so rum. Gut, ja, was das angeht, bin ich auch eigentlich schon wieder durch. Zumindest mit den grundlegenden Sachen für Variablen. Vielleicht werde ich euch dazu noch ein bisschen mehr zeigen, wenn es dann auch wirklich Richtung, oh, welchen Typ habe ich denn jetzt gerade, erwischt geht, dass man hier dann wirklich hinschreibt, was für Typen sind. Aber so lange könnt ihr auch einfach mal die Typen selbst benutzen hier. Also Rust macht das eigentlich ziemlich gut und deswegen braucht man sich da nicht so drüber aufregen. Ähnlich wie bei Python, da geht es auch automatisch mit der Typzuweisung. Deswegen, ja. Okay, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich hoffe auch, ihr habt alles verstanden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.